Zwei Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Der SC Bern zeigt erneut in den Playoffs eine Menge Widerstandskraft, er bäumt sich auf nach der Heimniederlage mit einer teilweise überzeugenden Leistung in Zug. Der EVZ ist läuferisch überlegen, spielerisch vielleicht auch mit der feineren Klinge, aber der EVZ hat es nicht geschafft, den SCB in die Schrank zu weisen, weil der SCB einfach in den richtigen Momenten die richtigen Sachen gemacht hat, weniger Fehler gemacht hat und vor allem physisch auch dagegenheben konnte. Das muss der EVZ jetzt einmal beweisen nach der ersten Heimniederlage in den Playoffs, ob eben auch in dieser Mannschaft zu viel Widerstandskraft steckt, um so einen Rückschlag zu überwinden zu können. Gut, sie müssen jetzt auswärts nicht unbedingt gewinnen und haben die Chance, um das später zu machen, aber der Ton ist einmal gesetzt. Beim SCB diskutiert man nicht nur über den Karriallohnen, weil er zu stauern sind mit dem Systemfesthaltung. Kann ich überhaupt nicht verstehen, der Erfolg ist ja da. Beim Adam Almquist nach dem Check, klar muss man sagen, der ist verdient vom Eis geflogen, wird auch verdient gesperrt, aber die Diskussion, die in Bern geführt wird, ob der gut genug ist, schiesst er jetzt über das Ziel heraus. Der hat die Abwehr sehr stabil gemacht, macht praktisch keinen Fehler. Gut, der Ausrutscher kann man damit vielleicht verzeihen. Die Mannschaft hat gleich gewonnen im Zug, aber da sind die Berner schon etwas verwöhnt. Also von einem Verteidiger nur Goals zu erwarten wie von Noro, der dann aber im richtigen Moment defensiv überhaupt nicht verhebt, da wäre ich etwas vorsichtiger. Also der Almquist hat durchaus seinen Wert. Nach dem Schweizer-Playoff-Final konnte man die erste Runde der NHL-Playoffs anschauen, wenn man wollte, speziell Spar. Im Fels wäre Toronto gegen Boston. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Und was die Scheizrichter dort alles laufen lässt, muss man sagen, im Vergleich, was bei uns als Skandal angeschaut wird, da haben wir also schon noch eine Marge zu denen. Aber es macht sehr viel Spass, dem zuzuschauen. Nur muss man sagen, irgendwo haben die Scheizrichter dort schon etwas viel laufen lassen. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.